Guten Morgen Trader und herzlich Willkommen zur aktuellen Wiedelausgabe in der Einzelwiedersektion der Formations-Tader am Mittwoch, am 17. Februar 2016, heute Schnappstahl, 33. Handelstag im neuen Jahr. Vielleicht sagen Sie sich das heute nochmal vor, wenn Sie irgendwo mal davor sitzen und das Gefühl haben, ich muss doch jetzt mal was traden oder wenn Sie einen Trade eröffnen, bei dem Sie eigentlich das Gefühl haben, ach der könnte eigentlich auch gegen mich laufen, ich könnte jetzt shorten oder ich könnte auch long gehen. Aber ich forciere jetzt den Trade und gehe rein. Wenn Sie gerade dabei sind, den Trade zu forcieren, also mir hilft es, weiß ich ob es Ihnen hilft, vielleicht sagen Sie sich nochmal, heute ist der 33. Handelstag, es wartet praktisch neunmal so viel im Vergleich zu dem, was wir seit Anfang des Jahres gesehen haben. Über 200 Tage warten noch auf uns. Also 34, 35, 36, 37, 10, Sie einfach nochmal bis 250. Bis dahin habt ihr schon wieder den Trade wahrscheinlich vergessen. Nicht die Trades forcieren, Leute, denkt bitte dran. Wir schauen auf den Dax. Gestern habe ich ja eine unglaubliche Prognose gewagt. Ich hoffe, Sie hören den Zynismus in meiner Stimme und habe gesagt, ich lege mich fest und sage, kurzfristig gehen wir nicht über diese Widerstandszone drüber. Das hat tatsächlich sogar gestimmt und wir sind zurückgekommen. Wir hatten gesagt, fallen wir unter das Tagestiel von Freitag, dann ist das erste Ziel 9-1. Wenn wir per Stundenschlusskurs die 9-1 berisch aufgeben, gibt es eine Fortsetzung. Wir haben keinen Stundenschlusskurs bekommen. Moment. Jetzt der Dax vorbörslich um 7.24 Minuten bei 9.135 Punkten. Also um und bei da, wo wir geschlossen haben. Okay. Hach. Damit ich es Ihnen einfach mache und damit ich nicht zu viel Zeit von Ihnen in Anspruch nehme. Kurzfristig, was der Markt machen will, ich habe keine Ahnung. Ich habe sowas von keinen Plan, denn ich weiß nicht, ob der Markt zum Beispiel jetzt hier einen kleinen Doppelboden machen will und dann mit der Unterstützung der 9-3 und über die Nackenlinie und über die 9-1-7, 9-2, dann doch nochmal hier 9-2-70, 9-3 machen will. Das muss er mir erstmal zeigen. Oder ob der Markt hier 9-1, ein Bouncen, bleibt liegen, eine Art absteigendes Dreieck fällt drunter, dann machen wir die Lücke zu in Richtung 8-9-60, dann, wenn er es nicht halten will, nur kurzfristig halten will, dann nächstes Ziel hier im Bereich von 8.880 Punkten und dann so in der Spitze, hier ist ja noch eine kleinere Lücke, 8-7-50 zuzumachen. Weiß ich nicht. Das, was ich weiß ist, also das ist keine Insellücke, also nur nochmal, also Leute, das ist, das ist, das ist nicht. Immer, wenn es eine Lücke nach unten, eine Lücke nach oben gibt, ist es gleich eine Insellücke. Also es ist ja auch nicht immer so, wenn einer das Tor schießt, also ins Tor schießt, dass er gleich Weltmeister ist, sondern das ist einfach nur ein Tor. So, und hier ist einfach nur eine Lücke nach unten und da ist noch eine Lücke nach oben. Das war die letzte vermeintliche Insellücke. Gucken Sie mal, was draus geworden ist. Also eine amtliche Insellücke, nach meinem Dafürhalten, ich persönlich, subjektiv, ich weiß nicht, was in Büchern drin steht, gucken Sie mal auf Investopedia nach, muss so sein. Es gibt ein Verbund von Kerzen, also ganzen Bewegungen, so und dann gibt es eine Lücke nach unten und dann gibt es wieder ein Verbund von Kerzen, mehrere Tage, also 5, 6, gerne 10, 20 und dann springt er nochmal nach oben und zwar gerne die gleiche Lücke nach unten, nach oben. Und nochmal jetzt, viele Kerzen, mehrere Kerzen, viele Kerzen. Das ist für mich, das ist für mich eine Insellücke und nicht sowas. So, zwei Kerzen machen eine Insellücke. Da wird, der Chart ist sehr geduldig, der lässt sich alles mögliche benennen. Heißt aber nicht, dass er das wirklich so heißt. Das heißt, der Markt kann hier diese Lücke durchaus zumachen, der muss nicht offen bleiben. Erstens, zweitens, wenn ich mir den Wochenchart angucke, anders gesagt, wenn ich mir den Tagesschart angucke, beim DAX, bei deutschen Aktien, bei den US-Indizes, bei den US-Aktien, fast überall, nicht überall, fast überall sehe ich Kaltformationen. Bullische Kaltformationen mit dem Potenzial einer bullischen Bewegung. Und ich sehe gleichzeitig, dass der Wochenchart in sehr vielen Indizes in der Nähe von Unterstützungen ist. Darüber hatten wir schon letzte Woche miteinander gesprochen, auch horizontale Unterstützungen. Und gleichzeitig, was die Indikatoren, Oszillatoren angeht, die sind ja Trendfolger. Die können das auch noch gar nicht zeigen, aber die zeigen gerade auch gar keine Stärke an. Sogar teilweise K und D unterhalb der 20er, was als bärisch zu bezeichnen ist, auch keine Stärke im Momentum. Und deswegen, also Unterstützung bekommen diese Kaltformationen gerade über die Wochencharts noch nicht. Bedeutet für mich, selbst wenn der Markt jetzt hier nach oben laufen will, die Bullen werden nochmal das Zweifeln bekommen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann fange ich an, mich zu fragen, was ich kann. Was fange ich als nächstes an, woher ich komme und den Rest habe ich vergessen. Übrigens, Fantastische 4, die vierte Dimension aus der Platte. Den Song habe ich schon wieder vergessen, was es war. Und deswegen, falls die Bullen jetzt sofort Stärke entwickeln, wäre ich persönlich entspannt und traue denen zu, dass sie noch einmal eine Gegenbewegung starten. Ich kann falsch liegen. Was haben denn die Bullen vor der Brust? Die haben nicht nur diese obere Begrenzung des Kaltes vor der Brust, die haben die 20-Tage-Linie vor der Brust. Die fällt ja weiter. Aktuell 9,4 wird weiter drunter kommen. Dann haben wir auf Tageschlusskursbasis die horizontale Widerstandszone 9,93 und natürlich die psychologische 9,3 vor der Brust. Das sind vier Widerstände bei einem schwachen Wochenchart. Deswegen tue ich mich schwer zu sagen, jawohl, sobald wir jetzt ein neues Tageshoch machen, über die 9,260 gehen, machen wir definitiv die 9,7. Falls wir diese Widerstände aus dem Weg räumen, dann ist per Wochen Schlusskurs die 9,5, die nächste Widerstandsmarke. Je stärker sich die Bullen hier schlagen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass in der nächsten Gegenbewegung, ob die dann jetzt eine Seitwärtskonsolidierung ist oder eine stärkere Bewegung ist, dass wir ein höheres Tief machen und dann eine nächste bullische Welle sehen werden. Wenn die Bullen hier sofort scheitern und wir wieder hier hinkommen sollten und von hier aus nichts stärker in den Markt kommt, dann laufen wir Gefahr, dass diese Unterstützungen brechen, auch kurzfristig, dass diese Unterstützungen brechen. Das sehe ich ebenfalls noch nicht. Wie schon eingangs gesagt, Widerstand, viel Unterstützung. Ich weiß nicht, was als nächstes passiert wird. Das lassen wir mal den Markt entscheiden. Falls der sich denn für das Bullische entscheiden sollte und falls der mir den Gefallen tut und nicht sofort durch diese Kaltformation durchgeht, sondern nochmal eine Welle zurückkommt und dann versucht, aus dieser Kaltformation durchzugehen und dann auch wieder Bestätigung über den Wochenchart da ist, dann würde mich eher eine SIX zum Beispiel interessieren, die auch nicht weit weg ist von wichtigen Unterstützungen und die in der letzten bärischen Welle kaum noch Volumen gesehen hat und hier wieder ein bisschen mehr Volumen reingekommen ist, auch hier schon ein bisschen mehr Volumen da war und wie gesagt, die bärische Welle hatte weniger Volumen gehabt, zumal wir, wie gesagt, in der Nähe von 30 Euro, 20 Monatslinie, horizontale Zone der Unterstützung von hier aus das machen würden. Auch hier sehe ich vom Wochenchart keine Stärke. Bedeutet, falls der Markt ohne Stärke aus dem Keil ausbricht, soll er mal machen. 34, horizontaler Widerstand, 200-Tage-Linie, unwahrscheinlich, ich sage nicht, das passiert nicht, unwahrscheinlich, dass der einfach so da hinschießt und ich gucke dem zu, sondern dann fangen die Bullen wieder das Zweifeln an, kommt die nächste Welle, das heißt, während ich als Day-Trader, Jovan hat so schön gesagt, ich alles Mögliche abschieße, bin ich als Swing- und Positions-Trader geduldig und warte und warte und warte, dass die Chancen immer besser werden und wenn das der Fall ist, dann würde mich das interessieren, etwas auf der Bullischen Seite zu traden. Bitte, behalten Sie es im Auge, dass es auch nach wie vor Setups gibt, wie eine Bras Monier, die hat einen Ausverkauf gesehen und macht gerade eine Low Base. Also der Wochenchart ist extrem überverkauft und deswegen bin ich gerade vorsichtig, den absoluten Short auszurufen, aber wenn es einen Pullback gibt, ich weiß, das ist noch ein bisschen bis zu 20 Euro, dann könnte das eine zusätzliche Welle auf der abwärtsgerichteten Seite geben. In dem Sinne, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wenn Sie mögen, nachher wird Silvio für Sie da sein mit einer neuen Ausgabe zu den US-amerikanischen Indizes. Tom wird Ihnen heute Abend wieder mit seiner genialen Forex-Ausgabe zur Verfügung stehen, auch die Ausgabe von späten gestrigen Abend, die kommen erst um 22 Uhr da, ist online auf unserer Homepage. Heute gibt es keine Rohstoff-Tages-Ausgabe, heute ist ja Mittwoch und dann gibt es die nächste Ausgabe von mir am Donnerstagvormittag. Mein Name ist Hamid Asnashar und ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.